so matze wenn sich das rad jetzt vorwärts bewegt kettenrad dann siehst du ja dann werden die rollen so ein bisschen rausgedrückt also die rollen sind der freilauf die nehmen dann die hülse mit und wenn ich jetzt rückwärts trete dann hast du hier diese auflaufflächen und die spreizen den bremsmantel hier sind konus und da sind konus und da läuft darauf das jetzt noch mal so zur funktionsweise